Uns gibt es seit dem 4.4.2007 und wir versuchen in den 70 Jahren etwas aufzubauen, das jetzt wie heute ist für ältere Leute, so wie 30. Wir haben hier verschiedene Drinks, das sind von süssen Cocktails über sehr viele Longdrinks. Wir haben hier die Longdrink-Kultur wieder auferstehen lassen mit verschiedenen Drinks von den 20er aufwärts bis zu den 60er Jahren. Im Blink trifft man sich, um sich kennenzulernen oder alte Bekanntschaften wieder aufleben zu lassen in einem schönen Ambiente, das nicht zu übertrieben ist und doch sehr gemütlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017